herzlich willkommen zurück zum bienenkraft jawohl wir sind hier weiterhin in der mine unterwegs und räubern sie mal komplett aus das ist ich bin immer noch traurig in der letzten folge haben ja unser mein kart verloren selbst bauen das was so viel heißt wieder wenn wir ein neues bauen müssen aber nicht jetzt das so was bauen wir wieder wenn wir bessere zeiten haben und nicht in der wirtschaftskrise in der wir uns momentan befinden die wirtschaftskrise ist nichts schönes leute ich weiß noch genau wie ich mich damals mal hier in so einem bienenschach komplett verlaufen habe das müsste in live in the woods season 1 gewesen sein da haben wir uns ja glaube ich total verlaufen für zwei drei folgen und da haben wir uns glaube ich rausgebuddelt ich weiß es nicht mehr so lange her so so jetzt muss ich niesen einen augenblick so da bin ich wieder hey 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 sage ich dazu ein bisschen quarts eisen da oben ein neuer schacht seid ihr jetzt eigentlich normal ihr seid green saphir emeralds sind smaragde oder oder nicht mal hier mal plop bis hier dann lupen wir hier noch den mist raus denn den mist brauchen wir ach man ich ärgere mich gerade so ein bisschen mein minecart dingens hat sich hier bestimmt wohl gefühlt aber die nächste generation minecarts wird kommen der sohnemann minecart junior und der wird dann das fortführen bis der nächste lavaspal kommt so teuer sind sie ja nicht gott sei dank glaube ich wahnsinn ich hoffe mal lieber nicht so teuer das ist gut das ist eisen wie ich es will in massen so zack 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 so und sogar noch ein bisschen quarts das ist auch gut sag mal wie lang läuft denn eigentlich hier die skyrim ost also original sound hier war aber schon oh lol so das ist interessant okay die schienen nehmen wir natürlich trotzdem wieder mit die brauchen wir natürlich auch plop 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 ah ne hier sind die fledermaus die will ich nicht hier graben wir uns einmal kurz durch jawoll hier kommen wir dann hier hin da waren wir auch schon warum sind eigentlich bei dir so minenschächten ja waren wir schon wo sind wir dann hier ich glaube ich weiß wo wir hier sind moment wie habe ich was moment ich bin auf der anderen seite bin ich rein also wie hä ich 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 blick da gerade nicht mehr durch ne ich blick da gerade nicht mehr durch ignorieren wir das und gehen hier gerade aus weiter in die dunkelheit plop wie viele schienen habe ich denn 55 das ist gut eisen haben wir ein stack das ist auch gut und wir haben wieder ein paar dias also die ausbeute ist nicht schlecht wenn ich ganz ehrlich bin es ist eine gute ausbeute die was wir jetzt hier gemacht haben hier gehen wir dann hin aber hier noch was nö hier ist nix dann gehen wir als erstes hier lang plop zack 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 okay hier haben wir wieder ein komm dann luken wir hier die ganze wand raus das ist schön das ist hier das mit dem wasser da wollen wir noch nicht hin die fäden nehmen wir mit wo hängst du dran ich will es gar nicht wissen zack 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 hier ist nix hier ist nix nichts okay von hier kommen wir von hier kommen wir ne hä scheiße wo war warte warte was wo zum teufel sind wir schon wieder von diesem gang kommen wir genau hier dann geht es hier da dann war hier nichts und dann geht es hier weiter und dann genau passt hier ist aber richtig ein bisschen orientierung muss ich doch schon beibehalten weil sonst ähm sind wir verloren oder ich bin verloren und ihr dürft zugucken wie ich verloren bin so nochmal skyrim na gut warum nicht das ist ein schönes spiel skyrim und die musik ist auch toll so na gut aber es hat sich gelohnt dass wir umgebogen sind quasi also bei ähm mit minecart zack so wasser aus dann machen wir den schacht hier noch der sieht ziemlich kurz aus da ist nur ein bisschen kohle drin ah hier haben wir ein bisschen eisen und da oben geht ein neuer schacht los ok oh gold super gold schienchen zack 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 plops hier haben wir einen größeren Abteil vom Schacht Leute wir sind bald wieder draußen im Main sobald das Inventar randvoll ist randvoll ist ja dann gehen wir raus aber ich möchte halt gucken, dass wir nicht so oft jetzt wieder zum Mining kommen müssen dazu brauche ich aber die Solaranlage, dass wir da oben bauen können und das ist halt wichtig sobald wir nicht, glaube ich die Solaranlage haben, können wir also wenn die wirklich so gut funktioniert, wie getestet so so hier geht es nicht raus hier müssen wir raus hier und dann hier lang hier war nix hier war nix so dann haben wir hier den Gang noch so nähe bitte mit dem da danke ich hätte nie gedacht ich hätte nie gedacht dass wir in einem Eisenproblem geraten könnten ja dass wir kein Eisen mehr haben das Hauptproblem was wir jetzt aber wieder haben wird folgendes sein dass wir zu viel Energie benötigen um wahrscheinlich den ganzen Mist zu braten hier war tatsächlich nur eins drin das ist ärgerlich und den Mist sollten wir eventuell schon braten so so oh ja dann sind wir hier oh das ist perfekt dann machen wir den Gang hier noch den Gang hier und dann machen wir den Abzischer zack zack äh die Schienen nehme ich natürlich mit zack zack so und das Zeug oh Mist dann graben wir uns hier einfach hoch so zack 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 und tada da sind wir schon wieder das ist doch gut oder ist das gut oder ist das gut so wo ist er da ist er ab geht die Post so dann fahren wir hier mal wieder zurück das geht glaube ich schon schneller so so ich weiß nicht ob das wirklich schneller ist ich tauche auf jeden Fall gerade nicht an das müsste schon schneller sein hui und da vorne landen wir plopst sehr schön dann fahren wir mit dir wieder hoch so also so kommen wir wenigstens ein bisschen schneller zu unseren Farming Abgründe ja nicht die Jagdgründe sondern die Farming Abgründe plopst Kohle raus das gefällt mir nicht rein schienen rein schnüre rein alles rein zack zack viel Spaß jetzt gucken wir uns mal oben kurz den Stand an den Stromstand Kohle ja wir sind wieder ein Plus Entschuldigung seid ihr aus? ne ihr lauft du bist voll naja wie lange noch ist die Frage jetzt guck mal unten nochmal ganz kurz das interessiert mich gerade wie sieht's holzmäßig aus ja das interessiert mich wenn nämlich Holz ja wenn wir da jetzt auch gut noch da stehen nein ist leer ist aus was so viel heißt wie sie rackern gerade die zwei Baumfarmen ab und produzieren so dementsprechend die Kohle Leute es hat sich glaube ich alles zum gucken gewendet bis jetzt die Maschine läuft noch nicht die schalten wir auch noch nicht ein ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Abend morgen gute Nacht je nachdem was ihr jetzt gerade tut und ich sage tschüss bis zum nächsten Mal haut rein lü lü bis zum nächsten Mal